Willkommen zurück zu einer neuen Folge Splairage. So wir pümmeln immer noch in dem Haus von der alten Hexe rum in der Hoffnung dass es hier ein bisschen vorangeht und wir den Jungen finden. Ich bin mehr als gut. Ich bin... So wir sind vorbei. Und wir sneaken nicht mehr. Ich wollte schon sagen wir sneaken immer noch. So. So. Das war's. Ja, gut. Und Blut ohne Ende. Und ein Teddybär. Was ist dein Maul, du blöder Hexer? Äh, hallo? Wir haben eine Robberie in Progresso, eine Convenience-Store neben Burkittsville Road. Mit den Kindern wieder? Ja, wahrscheinlich. Was ist das? Was ist das? Scheiße, jetzt habe ich nicht mal mehr Licht. Alter! Da machen wir das einfach mal jetzt auf Großformat. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay. Eh? Answer me. Eh? Everything... You're worthless. Disappointing. Eh? Wartet mal, was mach ich denn? So. Was? Was? Off the record, Alice. What the hell happened? Ja, das wüsste ich auch gerne. Wah! Der drückt einfach so ab, ohne dass er das wirklich will. Interessant. Interessant. Er... Okay. Es ist nicht wo es all begann, ist es? Ich habe das schon gesehen. Äh... Da. Huh? Was? Zum Henker. Er... Oh, here comes our handsome last. Hey, is it true you've got your hurting face off on basic training? And what kind of girl would once you... Hey, shh! He's coming. Not him again. Was? Fuck. Alter, was ist los mit diesem Haus? Alan Palmer. This is Foxtrot 1. Entering the urban area. Huah! Du! Vermaldet halt das! Monarch, this is Foxtrot 1. We confirmed enemy soldiers at 2 o'clock. They are unaware of our presence. Out. Oliver and Marley. Hey! Leck mich doch! Ja! Ja! Dieses Haus. Ganz ehrlich. Freiwillig würde ich hier nicht wohnen wollen. Oh, je ne war es hier nie. Ich bin. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh... Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh. Gah! your hie he wow Woah! Do it! Woah! What was that? Pfff! Ja! Okay! War das die Offenbarung? Ne, oder? Ähm... Ne, das war es auch nicht. Hier! So, genau! So, was gibt's hier? Hä? Ich komme nicht bei der Tür rein. Warum? Warum? Irgendwie müssen wir hier durch. Aber das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe es hat euch immer gefallen. Ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst die Kommentare da. Und ich hoffe wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann bleibt uns spannend. Genießt den Tag und bye bye! Bye. distracted Aber Untertitelung des ZDF, 2020